Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir öffnen heute mal wieder 5 Booster von FIFA365 und mal gucken, was wir da drin befinden. Als erstes haben wir Sarah, dann das Logo von Barcelona, Lamedi, dann Jiménez, Papadopoulos und Moreno. So, dann Fabiano, dann Impact Shining Alves, Jones, Perez und Benatilla. So, dann 2 Powerkarten im Booster, einmal Douglas Costa als Impact Shining, dann noch ein Multiple, genau von Griezmann und Gamero. Jan Frugani, Semedoff, Da Silva und Blind. So, dann als nächstes Henrik Mkhitaryan, dann das Logo von Benfica Lissabon, Marcelo. Asensio, Xernik und Aguilar. So, und der letzte Booster für heute. Da haben wir drin International Star Henderson, dann Arjen Robben, richtig starke Karte als Fans Favorite. Dann Marcelo, Rodriguez, Eschenko und Jean. So, ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn dir alles so, für jeden Fall einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.